Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin Saphir, äh let's race together, wieder mit dem Brief, ja, und sagen was du zu sagen hast, und zwar der Grund ist, warum wir jetzt nicht gerade mein Spielset, ist, weil ich verkackt hab, ich hab auch gesagt nicht verkackt, aber, das wüsste du gut machen, ähm, was ich denn verkackt hab, ich hab nämlich, äh, vielleicht nicht mehr und muss da wieder, nicht von vorne anfangen, aber von fast vorne, von daher, ah, schade, 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 ah, ich hab was tolles, ich hab was tolles, ja, ich hab auch ganz nichts gesagt, also ihr mockt auch, dass ich nicht gerade hier alleine bin, sind Leute anwesend, ah, geh mal den da, ich hab das hier, also die Gutmachung, den werd ich, ich werd mich betrinken während der Aufnahme, der elefantischen Zimmer, ähm, ich werd mich betrinken während der Aufnahme, ja, mit Freuden, und, ähm, es wird witzig, oder auf jeden Fall witzig, von daher, ich hätten irgendwelche Zaufspiele einfallen lassen, das heißt, ich hab hier auch Leute, die kurz einrufen müssen, jetzt musst du trinken, und dann werde ich trinken müssen, und dann seht ihr auch, wie ich trinke, bis dahin seht ihr noch, Pokémon, ja, okay, und, ja, wie weit hinten bin ich etwa, zwei Stunden, zweieinhalb, ja, zicka, du bist, äh, genau, eine Stunde, wir haben gest Abend noch, doch ordentlich gemacht, und ich hab's vergessen, also, ich bin mir sicher, ich hab gespeichert, ich bin mir echt sicher, aber, ich kann's halt nicht mehr genau sagen, ich hab's eine gute Stunde verpasst, Ja, also, es war, er hat's irgendwie als SAV-Datei gespeichert, und das kann mein PC nicht mehr öffnen, oder halt mein Emulator nicht mehr öffnen, aber das ist ja egal, ähm, ich hab Spaß dabei, wieder einzuholen, und, im Netzwerk wartet man aufeinander, ja, und das ist ja schon im zweiten Quad, Was ist das für ein Noob-Goldini? Ja, das Goldini geht mal so richtig schlecht, äh, Superschall daneben, Superschall daneben, Superschall daneben, Super, Pro-Goldini, Fristabsorber, es hat getroffen, ich bin schockiert, T-T poisoner, Conte politisch kannst, und da gibt's bereits. Los! euro, ich treffe einfach mal, trotzdem, ist's und egal, ich ignorier, dass Marky kommt Na, ich bull auch ein bisschen vor, grade! Ja, ca sorbelde! print. blululululululululalauaahhhhhhähähähähähähäähy feardahdahsy belt THAT ISN Đ-NAAAINN DASISN DASIS DERSIS B fills... Kapador, Kapador, Kapador. Kapador? Ich bin beim Kapador-Part. Kapador. Wie episch, circa. Also, totale Begeisterung hier neben mir. Ja, die hat mal Toys. Du darfst jetzt einfach mal eine Regel machen, was ich trinken muss. Du hast die Einzahl zu Pokémon. Sack, irgendwas. Wie jedes Mal, wenn mich ein Tier im Gras angreift, muss ich trinken. Das ist eine harte Regel, die ich mir selber auferlegt habe. Hätte ich noch eher gesagt, letzter Gras-Counter. Als nächstes wird Kapador in Rängel geschickt, ja. Nein, nicht nütz. Hallo? Können die alle nur Superschall? Was ist denn das? Superschall, Superschall, Superschall. Ich bin nicht tauschen, schneller, 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 schneller. Ich spiele das Ganze jetzt auch 1.000 Fahrergeschwindigkeit durch. Ja, ich auch jetzt mal, ne? Gleich. Ne, äh, 1.000% halt von 100, also 10 Fahrergeschwindigkeit. Du bist so hart. Du bist so hart. Du bist so hart. Du bist so hart. Habst du aber Spam. Und den auch. Bisher hat mich noch kein Tier im Gras angerufen, aber muss ich auch nicht trinken. Ah, jetzt bin ich ein Meter aus City, oh mein Gott. Level 14. Und ich wächst mal zu Luming. Also wenn du das gestern mitgeregt hättest, also ich krieg's grad nicht zum Stream und so, ich krieg mir Sitzreiner. Äh, wenn du das gestern mitgeregt hättest, wie viel ich da noch reingestellt habe. Ich hab wirklich nur Gas gegeben, jetzt darf ich's nochmal machen. Also, das sind so Momente, da möchte ich mit Pokémon aufhören. Nein, das hab ich grad eben gesagt. Sagst du das nie wieder. Mit Pokémon aufhören, pff. Ne, ist Wahnsinns. Ah, ne. Oha. Schau mal die Items auf. Wie geil. Mein Hydropikant Felskrab leeren. Mach ich jetzt aber mal nicht. Ganz gekannt. Ah, das ist der erste Fight hier. Der erste Arenakampf. Ja. Das war zwei Arenakampf verpasst, ne? Jaja, mein ich ja. Ich hab ja, das ist ja der erste noch. Äh, der mit den Kleinsteins. Ja, Spammer Kleinsteins. Gut. Geschafft hier. Und endlich noch. Boah, ich bin so schnell im Vorspulen. Ich würde dir aufholen. Du bist schnell im Vorspulen. Ja. Aber später dann wieder ohne Vorspulen, ne? Ich kann leider nicht. Und du bist die Arenenleiter und ich weiß, und deswegen besiege ich dich jetzt. Aber danach wieder ohne, ne? Ohne Vorspulen. Ja. Ja. Atemmäher, bitteschön. Er hat gerauft, gesoffen in dem Zimmer. Das ist doch Wahnsinn. Oh mein Gott. Was hat das für wilde Nase, bitte? Was hat das für wilde Nase, bitte? Was hat das für wilde Nase? Ja. Du bist ja so. Ja. 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 Ich habe nur noch ein Pokemon. Status werden gut... Steckse runter drunter oder sogar sieben. Oh! Da kann man sich auch voll hoch twitteren man. Da kannst du die Angriffe für das Pokemon kaufen und so ne? Und KPis und Email. sache ich muss jetzt als erster dran kommen ich habe mir viel fürchtung dass es mir einfach tothaut der stirbt so durch egelsamen oder ja okay ich bin als erstes dran von daher ja aber wenn das ja nicht zuerst tothaut und er hat noch egelsamen drauf hast du immer noch deinen flammelie ne ich wollte warlock eigentlich gar nicht leveln am wenig hier kann man sich dekoration kaufen man kann sich ja verhofft und voll der drogenladen hier sie krass in dieser gegenseit frisch und fast lebendig aus super ist ja und müssen wir in rubens holen eingefallen ich habe mich gerade nicht so sehr und die muskarten der regel nachfragen als das gilt es nicht an sich deinen pokémon die in höhlen angreifen ziehen aber nicht dazu nur im gras okay nur im gras ich wollte es noch was hier gehen so dumm geil dass ich gleich in die höhe muss und dann muss ich trinken und das ja ich freue mich schon ich hole deinen wubarm wieder ich muss was ganzes tun eigentlich wollte ich das alte und dahinten schon holen also jetzt kommt noch mal ein pokémon im hohen gras ob so das war so ein pokémon im hohen gras das werde ich mal eine mischung machen ein pokémon im hohen gras so 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 ja kann man lassen ich will anfangen und jetzt noch und jetzt noch